Wie fühlt ihr sich an? Vierter Heimsieg, damit kann man eigentlich auch gut den vierten Advent feiern. Ja, das war natürlich ganz, ganz super für uns heute. War ein wichtiges Spiel, war unsere dritte Siege in Folge und unsere vierte Siege in Folge ins Heimspiel. Und ja, das erste Mal haben wir jetzt plus vier Punkte. Das ist super und einfach gut. So richtig gut ins Spiel seid ihr am Anfang aber noch nicht reingekommen. Es war doch das erwartete schwere Spiel. Ja, aber eigentlich war der Abwehr nicht so schlecht, aber wir haben nicht das Tor gemacht. Aber danach haben wir, wie ich sage, 15 Minuten sehr gut gespielt. Gute Abwehr und Gegenstoß und alles. Das war richtig geil. Das war der richtige Sieg. Jetzt geht es weiter. Auswärtsspiel gegen Mesung. Ein schweres Spiel. Was geht auswärts? Ja, Mesung ist dieses Jahr eine richtige Topmannschaft. Ja. Und Auswärts ist auch nicht einfach. Heimspiel haben wir unterschiedlich gespielt. Aber Mesung ist, ja, wir müssen da gehen und gehen 120 Prozent. Und immer dann mit Volldampf. Aber das ist ein schwieriges Auswärtsspiel. Aber jetzt haben wir auch gut Vertrauen. Wir haben selbst Vertrauen jetzt mit unserer Abwehr und alles so. Und ja, wir können das schaffen. Dann wünsche ich viel Erfolg, viel gute Erholung. Jetzt in einer kurzen Zeit. Am 23.12. geht es ja weiter. Und dann sehen wir uns am 27.12. zum letzten Spiel in der Tour Arena. Danke, Joke. Danke.